so ihr lieben herzlich willkommen bei jens von minga gaming ich grüße euch recht herzlich auf meinem sports gaming channel hier auf youtube ich würde mich natürlich freuen bevor wir in das video einsteigen wenn ihr uns auch auf twitch folgt wenn ihr uns auf instagram und auf twitter folgt die entsprechenden social media links sind unter dem video entsprechend auch zu finden thema soll heute sein es wird fünf fußballspiele im jahr 2022 geben welche das ganze sind und welche ich vorne sehe das möchte ich heute in einem video mit euch besprechen zuerst einmal muss man sagen für uns consumer für uns gamer für uns fußball sportspiele liebhaber ein ganz besonderes jahr weil das für uns ein luxusjahr sein wird diese fünf sportspiele diese fünf fußballspiele werden sich um die gunst von uns prügeln mit zum teil sehr ähnlichen konzepten und ich möchte euch ganz kurz mal vorstellen um welche titel geht es eigentlich es wird um fifa 23 gehen in gänsefüßchen denn wir kennen den neuen namen des fifa nachfolgers noch nicht aber dass sie natürlich weiterhin auf dem fußballmarkt aktiv sein werden das ist völlig klar als zweiter titel natürlich im moment auch seit ende september letzten jahres auf den markt immer noch nicht mit einer vollständigen release version das ist e-football 2022 dann haben wir goals dann haben wir ufl football und wir haben zu guter letzt vielleicht habt ihr vor ein paar tagen mein video dazu gesehen wir haben einen weiteren neueinsteiger in dem bereich vor einigen tagen erst auf twitter offiziell verkündet dass ein weiteres fußballspiel rauskommt und das heißt total football von einem asiatischen anbieter ich glaube das ist aus china auch crossplay aber wie gesagt was diese spiele beinhalten ich habe zu allen spielen außer zum vermeintlichen fifa nachfolger bisher schon ein oder mehrere videos auf dem kanal gemacht das kann ich euch hier am ende von dem video mal verlinken könnt ihr mal reinschauen was zu den einzelnen fußballtiteln bekannt ist ja wie gesagt das ist eine absolute luxussituation für uns weil sich diese fünf publisher um die gunst von uns streiten werden und ich bin mal grundsätzlich der meinung davon können wir nur profitieren ich glaube da gibt es gar keine zwei meinungen egal welches konzept man von den spielen gut findet oder auch nicht sie müssen alle irgendwas in die waagschale werfen was irgendwo halbwegs anklang findet konkurrenz belebt ja bekanntlich das geschäft und ich möchte euch auf jeden fall sagen welche titel ich vorne sehe das sind eigentlich relativ klar in der gunst der leute wird es der fifa nachfolger sein nach wie vor was die anzahl der spieler und käufer angeht wird das spiel mit sicherheit wieder mit ganz vorne landen aber ich sehe auf jeden fall in lauerstellung ganz klar auch ufl football auf diesen titel freuen freue ich mich sehr sehr doll habe ja mittlerweile schon fast 30 videos seit der gamescom ankündigung letztes jahr zu diesem fußball spiele titel auf dem kanal gemacht könnt euch da mal gerne in der playlist da ein bisschen durch vorstellen sind sehr sehr interessante videos bei welche lizenzen das spiel alles schon hat welches konzept sie verfolgen und so weiter und so fort und grundsätzlich gilt für alle fünf titel wenn es irgendwelche news informationen updates gibt gameplay trailer und so weiter und so fort alles hier auf meinem kanal das heißt ich werde alle titel erst einmal da auch komplett unvoreingenommen verfolgen und daran hat sich auch jetzt mit diesem video nichts geändert natürlich renke ich es also wie gesagt fifa 23 nachfolger sehe ich schon immer noch vorne weil sie natürlich die größte spielerschaft haben und ihre position verteidigen wollen ufl football sehe ich jetzt schon ganz klar relativ klar auf platz zwei mit einem super marketing konzept mit einem cristiano ronaldo als markenbotschafter der schon überraschend war für uns ende januar da haben sie echten mega deal gelandet muss man ganz ehrlich sagen denn er hat das ja auch auf seinen social media kanälen geteilt und er hat ja eine unfassbar hohe wahl weltweite weltweite reichweite mit seinen social media kanälen insofern kann der ufl football nur gewinnen e-football 2022 ihr wisst dass ich als großer kritiker in deutschland auf youtube gelte von dem spiel bin ich auch weiterhin nichtsdestotrotz ich habe ja in den letzten wochen hier und da immer mal ein video gemacht was sich aus meiner sicht verbessert hat was sich noch verbessern muss ich glaube grundsätzlich immer noch daran dass sie einen release titel auf die beine bringen können der uns auf konsole spaß machen könnte alles konjunktiv alles sehr vorsichtig optimistisch von mir formuliert aber in diesem ranking vielleicht mit ufl football um platz zwei streitend man muss es einfach sehen denn e-football hat ja mit diesem total verkorksten start ende letzten jahres und bis heute sind ja noch viele sachen dort nicht sehr sehr gut gelöst viele ihrer spieler verloren da muss man mal abwarten wie die ehemalige es community so möchte ich es mal teilweise nennen darauf reagieren wird goals würde ich mal sagen ist eigentlich fast der spieletitel von diesen fünf natürlich auch mit total football was ich vor einigen tagen auf dem kanal erstmals veröffentlicht habe was alles im moment zu diesem titel überhaupt bekannt ist diese beiden titel sicherlich erst einmal an den ranking schon auf rang vier vielleicht gemeinsam oder rang vier und fünf da gibt es für mich auch keine zwei meinung da ist einfach zu wenig bekannt da gibt es nichts großartig zu sehen oder zu lesen oder an informationen es gibt zu beiden einen reveal trailer das ist schon richtig im übrigen seht ihr hier nebenbei immer schön trailer oder irgendwelche sachen rund um diese fünf fußballspiele das habe ich hier alles in dem video mit eingearbeitet ich hoffe euch gefällt das ganze wie gesagt das ist für uns eine absolute luxus situation ich bin da völlig tiefen entspannt denn allein schon wegen fünf titeln die vermeintlich in 2022 vermutlich im großteil im herbst september oktober dann auch ihren oft erst release sogar feiern werden mit ufl goals und total football mit sicherheit könnte man von ausgehen wie gesagt fifa 23 in gänsefüßchen der nachfolger wird seinen platzhirsch posten nicht so ohne weiteres freigeben und ist eine total interessante situation für uns fans ich glaube wir können uns alle ein bisschen nach hinten legen und die füße hochlegen und dann einfach mal schauen was machen sie wer bringt uns das beste konzept wer bringt uns am ende des tages das für uns wichtigste gameplay es gibt ja auch leute die für den leichten einstieg gerne arkade fußball spielen das ist auch völlig in ordnung das möchte ich an der stelle auch als langjähriger ps fan überhaupt nicht kritisieren jeder soll fußball nach seinen bedürfnissen und nach seiner zeit und auch nach der ich sag jetzt mal nach der zugänglichkeit spielen dürfen das ist völlig legitim und so stelle ich mir auch einen videospiele markt generell vor egal welches genre insofern eigentlich eine coole situation für uns ich freue mich auf jeden fall und würde mich würde mir an der stelle natürlich jetzt auch mal feedback von euch wünschen wie seht ihr das ganze habt ihr die fünf titel bisher schon in irgendwelchen videos gesehen wahrscheinlich vielleicht auch auf meinem kanal wie seht ihr ein aktuelles ranking wo sind die potenziale wo sind die chancen welcher titel könnte wirklich komplett positiv überraschen da will ich auf jeden fall noch mal ein statement abgeben ich glaube das kann durchaus ufl football sein wenn die weiter diesen weg so gehen dann könnte das ein heißer herbst auch für den legitimen 423 titel sein wir wissen natürlich noch nicht wie er heißt deswegen nenne ich das hier mal so als arbeitstitel damit ihr wisst von welchem spiel ich grundsätzlich rede wird eine total interessante situation e-football habe ich auch noch nicht ganz aufgegeben wie gesagt diese drei titel sehe ich vorne goals und total football weiß ich nicht sieht mir auf den trailern und auch von dem was man liest alles sehr akadig aus goals sucht sogar noch irgendwelche bitcoins oder irgend etwas dubioses an in game währung womit man dann tatsächlich sogar echtes geld verdienen können soll als streamer als gamer bin ich mir nicht ganz sicher ob das ist was so dieser dieser hundertprozentig gute ansatz ist man muss es natürlich abwarten wie sie dieses konzept dann auch umsetzen ganz klare situation aber wir wissen alle alles steht und fällt mit dem gameplay auf den platz der pitches hours ihr wisst es am ende des tages können die stadion noch so schön gerendert sein und der rasen kann noch so toll aussehen wenn das fußballspiel nach den eigenen prämissen und den eigenen prioritäten eines jeden von euch und natürlich auch von mir am ende des tages auf dem platz für mich nicht spielbar ist und nichts taugt dann nützt mir auch das schönste drumherum nichts insofern haut mal euer feedback rein mich würde mal interessieren welchen titel oder welche titel ihr vorne seht wo sagt ihr da als hopfen und malz schon allein von ankündigungen aus eurer sicht total verloren an sich brauchen sie gar nicht erst anfangen mit so einem spiel haut mal in die kommentare rein ich würde das gerne aufgreifen und sollte es hier eine rege beteiligung auch an den kommentaren geben könnte ich mir vorstellen dass vielleicht sogar noch mal in einem weiteren video aufzugreifen und als feedback als euer video quasi vielleicht wieder zu geben was die community was die fußball gaming interessierte community in deutschland wirklich vorne sieht das ist mein angebot an euch ansonsten lasst ein abo da wer sich für sportspiele interessiert gran turismo ist in der pipeline wwe 2k 22 im märz beides titel die ich voll supporten werde dann haben wir im april auch schon beispielsweise mlb des show 22 also jede menge futter was ich dann endlich mal auch mit gameplay und let's plays und live streams anbieten kann und ja wie gesagt haut euer feedback rein und dann wünsche ich euch eine gute zeit lasst ein abo da lasst ein like da nette kommentare dankeschön fürs reinschalten bis zum nächsten mal ciao und servus euer jens von menga gaming wird's